Hallo, ich bin Clemens Fenker und zeige Ihnen gerne einige Wie-Mache-Ich-Was-Filme. So, in diesem Video sehen wir die verschiedenen Bildschirme des Focus 3 Smart Recorders. Ich schalte das Gerät ein und sehe den ersten Bildschirm. Das ist, der Logger wird hiermit programmiert. Wir gehen nochmal kurz auf die Anzeigen im Bildschirm ein, das ist die Uhrzeit, die hier momentan gespeichert ist. Die wird aktualisiert übrigens über den GPS-Empfang und ist also deswegen immer sehr genau, muss nicht nachgestellt werden. Das Symbol bedeutet, dass ich jetzt momentan per Infrarot kommuniziere mit dem Logger. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Das ist das Symbol für den GPS-Empfang. Wenn es blinkend ist, ist es noch nicht komplett fertig. Das heißt, er muss sich noch auf den GPS-Empfang einstellen. Das ist das Symbol für den Ladezustand des Smart Recorders. So, dann gehen wir auf die zweite Seite. Der Pfeil geht aus dem Logger heraus. Das ist das Auslesen des Datenloggers. Drei ist der Modus, mit dem ich einen Logger vor Ort auslesen kann. Das kann ich per Infrarot und auch per Funk machen. Der vierte Bildschirm ist der Vorbeifahrmodus. Ich kann also hier mit dem Auto vorbeifahren an den Loggern mit einer Geschwindigkeit bis zu 50, 60 km pro Stunde und kann die Daten der Logger beim Vorbeifahren empfangen. Dazu muss ich dann diese Stummelantenne gegen eine Fahrzeugantenne austauschen. Die wird also per Magnet auf das Fahrzeugdach geklemmt und hat dadurch einen wesentlich besseren Empfang. Der fünfte Bildschirm ist für die Umschaltung zwischen Infrarot und der Radio- oder Funkübertragung. Wir schauen mal auf dieses Symbol. Ich habe jetzt auf Radio umgeschaltet, beziehungsweise auf Funk. Und deswegen habe ich dieses R, die dort oben stehen. Zum Ausschalten des Smart-Recorders einfach lange gedrückt halten und ausgeschaltet. Das Geld schaltet sich sowieso nach 10 Minuten aus, von daher muss das nicht unbedingt gemacht werden.